und meine kleinen macaronis bei super mario 3d welt ich bin muschi luigi ja und ich freue mich darauf den maxi galumba platz machen das war das sieht aus das erinnert mich an dings big bulli von super mario 460 big bulli und so weiter kennt man ja der dicke schwarze mit den gelben mördern die man die lava schubsen muss mal ins eis schubsen muss und sonst wo hinschubsen muss immer macht das war noch zeit da habe ich das jetzt so ein bisschen erinnert ich habe einen stern das kann passieren wenn man sich wirklich erlebt speichern ok cool auf in die nächste welt auf dem doppelkirchen berg mit so wie sie ah ja genau die kirche verdoppeln einer stimmt ja brutal mega action das habe ich ganz vergessen ist dass man sich verdoppeln kann was ich finde meiner meinunger ist auch ein sehr cooles feature ist das bild wie sich das bild so ein bisschen aufteilt und sie kommen auch langsam wieder zusammen ist auch aber die sieht cool aus als feuer peach ja geil alter das ist so cool das ist voll geil drei peaches na wenn wir die nicht platt machen da verbrauchen wir also zwei minimum ich dachte wir können ordentlich was raus klotzen ahaha interessant das sieht ja geil aus das ist voll cool alter ich feiere dieses verdoppelte mega nein schon wieder ist verdammt wir hätten schon fünf peaches haben können sechs sogar egal das kann ich mal so leicht alle zu kontrollieren cool erst recht geil kann sagen was du willst hier haben hier hat nintendo sich richtig was geiles einlassen alter wo ist das du 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 du... ah für den stempel coole sache Wie geil, Alter, das ist so cool. Ah, da haben wir die Muschi verloren, aber egal. Ruhe, Hilfe. Halt, warte mal. Halt! Oh. Warte, wir müssen uns erstmal wieder finden. Das ist so cool, ey. Diese Armada aus Prinzessin, das ist schon irgendwie cool. Alter, der hat keine Schnitte. Eine muss da rein, irgendwie, schnell. Scheiße. Ah, okay, die anderen werden nachgeworbt. Nein! Verdammt! Ah, ich wusste nicht, dass ich damit hier hinkomme. Scheiße. Egal, machen wir das gleich nochmal. Ah, cool. Okay, ich habe nichts gesagt. Geil. Ich dachte schon, wir kriegen doch nicht unseren Stern. Yay! Das ist so cool. Ich habe zwar jetzt die versteckte Box nicht gehören, aber egal. Yay! Ich sehe gut besser als vorher, Prinzessin. Cool. Haha, geil. Gefällt mir, ey. Mega. Boah, das ist mega geil. Feuerpüsch sieht richtig, richtig klasse aus. Gefällt mir. Stylisch. Super, Stylisch. Super, Stylisch. Super, Stylisch. Super, Stylisch. Okay, erstmal eine Runde zocken. Boah. Juhu. Boah. Ben, 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 ben. Mist. Ah, verdammt. Ein zu frühes Sprung. Yay! Wahoo! Voll cool. Das macht echt Spaß. Ich habe auch in Super Mario Bros. 2 immer mit Peach gespielt, weil ich diesen Schwebesprung so geil fand. Hat sich bis jetzt nicht geändert. Trotzdem werde ich sie gleich wieder per Zufall austauschen. Außer, ich kriege sie als Zufall wieder als Gehafter, ne? Hilfe, Hilfe! Bausers Kugel wie die Kalon-Kal-Kolonne. Oh, Alter. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, Slime. Zufall! Okay, Mario ist wieder am Start. Alter, geil! Super Mario Bros. 3! Oh, ich feiere das jetzt gerade übelst. Nein! Das feiere ich nicht übelst. Blah! Das feiere ich schon mehr. Oh, geil, Alter. Das ist so geil. Oh, herrlich. Die guten alten Zeiten. Ist auch cool, dass die immer erst Schiss haben und dann voll auf Rumpage gehen. Oh, cool! Ah, der schießt automatisch und wenn ich Laufen gedrückt halte, dann macht der Aufgeladeschuss. Jetzt wird zurückgeschissen! Überraschungsangriff! Bam! Nein! Der Sack! Mein Block ist weg! Nein! Aber egal, da sind Stempel! Stempel, Stempel, Stempel! Stempel, Stempel, Stempel! Stempel, Stempel, Stempel! Schnell wird hier, bevor sie... Genau das meine ich. Nein! 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 Hier hatte ich die Kanone gebraucht! Scheiße! Ah! Ein... Upsa! Ida! Dauz! Ja! Jetzt haben wir einen Grund, hier nochmal reinzugehen, weil das so cool ist und weil wir den nächsten Stern nicht kriegen werden. Ah! Dich gibt's auch noch! Ahaha! Soll ich jetzt Angst haben oder was? Ahaha! Ich besiege dich auch ohne meinen Standpunkt zu verlassen! Ich seh' dich trotzdem! Juhu! Du hast keine Chance! Juhu! Jetzt werden wir wahrscheinlich nicht an die Fahnspitze kommen. So wie ich mich kenne. Ja, ich helfe dir. Ich will schon auf dem Weg. Ja, wir haben es doch geschafft. Geil. Einfach nur Anlauf nehmen im Kreisraum und so weiter. Cool. Poliase, mein Hase. Und da fliegt schon wieder ein 8-Bit-Mario ganz oben rechts im Bild eben rum. Wahoo. Musst du mal drauf achten. Scroll nochmal zurück und grüß sie an. Das sieht cool aus. Richtig geil so hart. Diese kleinen Easter Eggs. Das ist so herrlich. Die fallen einem die ganze Zeit über schon auf. Ja, nur zwei. Weise mir den Weg in eine neue Welt. Oh, yeah. Aha, ich erkenne es nicht ganz. Ist es eine Wasserwelt oder eine Landwelt? Ich erkenne nichts. Da hilft eins. Hingehen. Slippidi, sluppeli, slupp, slupp, slupp. Ja, eine Wasserwelt. Cool. Hilfe, Hilfe. 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 Mach dir nicht ins Hemd. Das müsste es eigentlich gewohnt sein, dass sie immer entführt werden. Egal wer. Okay, hier ist nichts. Oder ist es sogar eine Eiswelt? Nee, es ist... Weil der Boden ist so schimmernd. Aber die ist schon weitläufiger, wie man sieht, ne? Gefällt mir, sie werden größer. Weil wenn wir uns die Karte ansehen, so verschuldet in Welt 3, es werden ja garantiert noch ein paar versteckte Welten kommen und so weiter. Aber die hier ist schon mal wesentlich größer und das gefällt mir. Auch sehr schön designt. Es ist geil. Erinnert mich sehr stark an Super Mario Boas 3 mit den Welten. Richtig cool. Was haben wir hier? Oh, eine Holzhusen-Stäppelchen. Mach's gut! Voll geil. Mach her damit. Schweinevorgang. Dankeschön. Und dann geht's ab in Welt 3.1. Schneetreiben im Winterpark. Okay, es ist eine Eiswelt. Als zweite Welt eine Eiswelt, das ist ja mal was Neues. Das macht Spaß! Kawabanga! Wie ein Äffchen! Huch, da hab ich den da getroffen. Da war ein Schneemann! Ach so, die teilen sich auf. Cool. Ich, gemeiner Schneemannmörder. Toad schämst du dich und gar nicht. Wow! okay der wird nicht größer schade eigentlich in dem erst mal mit ich sehe dich doch geil ich liebe diese blöcke jetzt aber jetzt reicht aber und als rein da unser erster mann toll eine münze war der folgen wir so das hast du davon kuppel okay ist auch wieder dabei cool geil nee ich riskiere es lieber nicht ich lasse lieber den scheiß wo alter jay cool alter das ist ja mega ja wie geil ist das denn bitte nein scheiße das wollte ich nicht du kommst über wege rufen hihihi alter das ist so geil ich feuere das gerade übelst oh so eine geile idee wo wua 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 ha ha ach scheiße egal ich zähl ich kriege wir weh egal Weil wir einen übergebrezelt haben. Halt! Halt! Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, ne? So. Was denn Stempel hier angeht? Alter, jetzt sehe ich nichts! Schwanerei! Egal, jetzt habe ich ihn! Yay! Schnell rein nach... Und schnell ins Ziel, 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 Ziel! Na, so wenn wir den jetzt nicht kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Halt, warte mal, ich möchte mal es ausprobieren. Yes! Und? Ich dachte, wir kriegen ein Feuer weg, weil es 22 am Ende ist. So mit... Naja, schade. Wäre aber gar nicht gewesen. Na nun, wieder eine Bowser-Statue. Ein Spuk-Schloss, oh, ein Spuk-Haus, oh nein! Wenn du die Karte öffnest, kannst du zu den Welten reisen, die du bereits entdeckt hast. Aha, hier kannst du auch deine gesammelten Stempel und Sterne zählen. Aha, Speicher-Vorgang abgeschlossen. Okidoki! So! Mit dem auf dem Eis, mit dem auf dem Eis kann ich rumlaufen. Dich machen wir erst mal frei. Sehr schön, sehr schön So, wenn ich das so richtig sehe Haben wir schon wieder Einen Part voll Was heißt das? Richtig Wir sehen uns im nächsten Part wieder Wenn wir die Eiswelt weiterhin erforschen Und ich freue mich riesig drauf In dem Sinne Und bis zum nächsten Part Tschüss